Praktisch, billig, leicht. Plastik ist das ideale Verpackungsmaterial. Aber einmal benutzt, wird Plastik zu einem teuren Entsorgungsproblem. Plastik verschwindet nicht einfach mit dem gelben Sack. Allein in Deutschland fallen jährlich 6 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Zu viel für Recycling. Was also geschieht damit? Denn häufig sind Plastikverpackungen weniger wert als nichts. Müllverwirter werden sogar dafür bezahlt, dass sie das Material überhaupt annehmen und weiterverarbeiten. Es ist ein erschütterndes Bild, das die beiden Autoren Tom Costello und Benedikt Wärmter aufzeigen. Der Filmtitel, die Recycling-Lüge, ist eine Bestandsaufnahme dessen, was mit unserem Müll geschieht. Ein Jahr haben sie recherchiert und stießen auf international agierende kriminelle Netzwerke, die Müll schmuggeln, Gesetze umgehen und dabei prächtig verdienen. Illegaler Plastikmüll ist ein sehr lukratives Geschäft und zieht das organisierte Verbrechen an. Es gibt Schätzungen von rund 11 bis 12 Milliarden Dollar weltweit. Und das sind Zahlen, die den illegalen Einnahmen durch Menschenhandel ähnlich sind. Die Welt scheint in Plastik zu versinken. Und diejenigen, die verantwortlich sind, drucken ihre Namen auf die Produkte. Ein jeder weiß Bescheid über Nestlé, Procter & Gamble oder Unilever. Doch sie halten dagegen mit teuren Image-Kampagnen. In denen sie zwar zugeben, dass es ein Plastikmüllproblem gibt, allerdings haben sie auch gleich eine Lösung parat. Das, was die Unternehmen versprechen, ist der sogenannte Kreislauf. Plastik soll wieder und wieder verwendet werden. Umweltaktivisten sind da nun ja eher skeptisch. Die Kreislaufwirtschaft von Plastik ist eine große Farce, die von der Plastikindustrie und den Verpackungsherstellern vorangetrieben wird, damit sie immer mehr Einwegverpackungen in die Welt bringen können. Warum? Weil sie damit Milliarden über Milliarden Dollar Umsatz machen. Was wir in dieser prämierten Dokumentation zudem sehen, sind die Auswirkungen der Vermüllung. Zum Beispiel in Indonesien, wo Kinder Bäume vom Plastik befreien. Wenn dieser Baum sprechen könnte, würde er sicher weinen. Bei Flut verheddert sich der Müll an diesen Stränden in den Magrovenbäumen. Der Baum braucht diese Wurzeln, um zu atmen. Das kann er jetzt nicht, weil sie vom Plastikmüll bedeckt sind. Recycling-Maßnahmen greifen nicht ausreichend, so ein Fazit. Das gesamte System steht auf dem Prüfstand. Selbst der vor 30 Jahren in Deutschland eingeführte grüne Punkt sorgt nicht für eine Verringerung in der Produktion neuen Plastiks. Denn das wäre das Einzige, das helfen würde, aus der Recycling-Lüge ein zukunftsfähiges Programm zu machen. Halbverbrannter, giftiger Müll, soweit das Auge reicht. Es gibt Tausende von diesen Verpackungen hier und auf allen steht Recycling. Das muss Deutschland peinlich sein. Für uns ist es frustrierend. Für uns ist es wichtig.